Musik Hallöchen, wir haben heute hier wieder ein Team mit zusammen, mit dem im bei uns hier als Esweer Jo Den Banana Styles als Wladimir Guten Tag Den Denbo als Victor Na jo Ich hätte schon fast Victor gesagt, genau Der Potenzlupus als Shyvana Ja, die Gegner haben einen Alistar, der gerade einen DC hatte und jetzt ewig lang lädt Ein Esweer Jarvan, Lee Sin und ein Z Ja, ich würde sagen, die haben ein sehr tankiges Team Was haben wir? Z Z, Entschuldigung Die haben ein sehr AP-lastiges Team Oder was spielst du immer? Wie blickt? AD-Carry AD-Carry, ja, natürlich Ach, wie soll das auch anders sein? Er spielt AFK Ja, ich spiele AFK Der sauft sich ein mit dem Shop Ihr könnt Lightmonta wieder enden, so wie jedes Mal Der freut sich darüber Ja, aber man spielt doch gar nicht mit Das scheißegal, ihr könnt ihn trotzdem enden Ihr könnt den Lightmonta enden für Free Gold Smurf Ja, der smurft euch hoch Der guckt ja jedes letzte Player an, stimmt, der wird da dann wieder was runter schreien Der schreit wieder Ja, schlechter Ist es eigentlich schon draußen, wo ich damit angefangen habe? Was habe ich denn da gespielt? Weiß ich gar nicht, aber ich habe in dem einen Video gemacht, ja, er hat den Lightmonta für Free Gold Smurf, wo er hier Stalker MTS gemacht hat Hm, ich weiß gar nicht, welches Game ist Ja, der hat Gold 4 Übersprung Ja, ich habe Silber 4 Übersprung, Mann Ah, wie macht man das so? Ja, du kannst ja die Visionen überspringen, wenn deine Hidden Elo zu hoch ist Das heißt, wenn du nur am Gewinnen bist, deine Promo einmal verkackst und dann nur noch gewinnst Dann steigst du gleich zwei Divisionen Ja, das hat Athenemann erklärt Bitte Jetzt geht's doch, jetzt läuft doch der Weg gleich schon viel besser, oder? Jetzt geht's Komm, lauf mal ein bisschen schneller Beile mich Hau rein Ich bin so schnell wie ich kann Das war du, oder du Red? Red natürlich Ja, wir cover holen Oh, ich habe alles aufs Pantel Das geht mir so, die Emotions Wow Weiß aber, ihr könnt Lightmonta auch Endo dem Skin schenken Das freut dich Du fühlst dich nachher dann so Ja Ja Ja, 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 ja Ich bin mir der jetzt mal am Witz, ja Ich finde, Victor wird viel zu wenig gespielt, der ist so OP eigentlich, aber ich kann ja auch nicht Komm, ihr kriegst ein paar Disco-Effekte Ja, ja, ja Das ist wie meine abgeht, ey Der ist richtig in-in-game, ist der Aber ich habe Victor noch nie eine Zeit lang so richtig lange gesehen, als auch der Auch als er free war Ich habe den immer nur so richtig selten gesehen Ich finde den auch nicht so gut Viele verkacken das immer mit dem Strahl und deshalb ist er total useless, der Gem Ja, aber schau mal, Ezreal ist ja teils genauso schwer zu treffen Ach was? Zack, das Ding ist sofort da Und bei Victor, da musst du so wie wie Victor ist eigentlich Hammer-OP oder nicht? Eigentlich Kannst du dann, du hast Massen-AOE Seine Ult ist fast so groß wie eine Amumu-Ult, finde ich Sag du einfach Ezreal Der hat ziemlich viel Range Und dann kannst du auch noch deinen komischen Zauberstab da verwandeln Marco, wieso bist du so schnell? Tja Give me a reason Runen? Vor allen Dingen Dembo ist auch geil und Pult noch niemals Ist noch geiler Ja, wer fängt dann bitte schön beim Red an Ja Schöne war da, Janet Ich hab's gesagt Ah, da ist die Pussy reingerein Boah, das war, das war eng, du Das war eng War nicht eng, das war gekonnt Wie sollt der denn spinnen, Mann? Kann ich gar nicht nachvollziehen Geht schon gar nicht frei in meinem Kopf, Marco In deinem Kopf? Spam mal was raus, Tobi Achso, ich soll spammen, okay Ja, aber für was hast du so Raka als Support, hallo? Ach, der Lieder geht mir so am Kranz, ey Keine Ahnung, wieso ich so Raka als Support hab Ja, um zu spammen Spam doch mal Nein! So ein Mord! Ja Scheiße, ich hab die Pots auf 3 und nicht auf 2 gehabt Weil Victor hat ja ein Item mehr Oh, machst du einen Schaden Das macht ja Spaß Zufrieden? Das macht ja Spaß Komm dir hinterher Ja Banane! Banane vor der Wind! Stop! Die Banane! Ich carry das! Geh, ich carry das Du nimmst den Farber, ich nehm die Pills Ist doch gebombend, da? So läuft das Shibana, top! Okay Ich freu mich richtig auf die Games, komm, ey Ich überleg auch hinzugehen Vielleicht mach ich sogar so n' Special Ja, ich werd auf jeden Fall da sein Ich verteil denn da T-Shirts und so? Eherlich? Vielleicht Ja, Maaah Mit einer T-Shirt-Kanone und dann rett er da oben und so Da verschießt der dann seine durchgeschwitzten T-Shirts Scherz. Mach doch mal was. Was ist so einer? Was kann ich denn dafür machen, wenn du da so übelst pokest und ich stehe hinten rum? Ja, weil du hinten rum stehst. Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, aber ich möchte lieber erstmal fahren müssen. Jetzt sehe ich mehr. Jetzt kann ich besser poken. Gesehen? Poke, poke, poke die Pocken. Ja, der Poke war genauso stark wie... Das ist nicht mein Ziel, die Gegner anzuhitten. So, jetzt springt dich der Alistar an und du bist tot. Nein. Vor allem, der Set hat mit Redpott gestartet und hat den grad nicht gepoppt, als ich gegen die GameStop... Ja, komm, jetzt block ich mich die Minions durch. Ach, scheiße, der Lea hat einen Redpott. Ey. Mongo. Was fällt dem ein? Junge Milka-Kuh, ey. Was ist denn mit dem? Oh. Jetzt nimmst du sogar noch den Farm hier. Oh, guck mal, da ist ein Jarvan. Ich glaube, wir machen jetzt Triple Kill. Ich glaube, das war gar nicht gewollt von dem zu der Lane Gang. Ich glaub, das war gar nicht gewollt von dem zu der Lane Gang. Der ist da halt einfach mal so rumgelaufen. Oh, wir haben uns nicht zu tun, sonst scheit ich den. Das ist für die Lows. Ja, wenn er grad bei uns war, dann war ja logisch, dass er jetzt gleich in der Mitte ist, vielleicht. Neu. Was hat er denn gemacht? Was ist das? Oh mein Gott. Kann auch Blue Ezreal spielen, Marco, wenn dir das besser gefällt. Finde ich allgemein besser. Wenn du eine Lane hast, dann spielst du auch Blue Ezreal. Hö, ich spiel das, worauf ich Lust habe. Ah, scheiße. Wie sagst du immer Achievement Mimimi? Mann! Warum sind die der Javan jetzt top? So ne Scheiße! Na, wir gehen abwieso. Wer hat er eigentlich first blood? Oh, der Lee. Weil es ein scheiß Lacker ist. Ist kein Lacker. Ja, ordentlich einfach nur. Ach, halt den Mund. Jetzt herberstet dich. Das ist Bier. Aua. Bräuchte mal vielleicht nen Gang top. Das war zwar nen Ansatz vom Gang, aber das bringt nichts, wenn der Lee in der Base ist. Oh, der ist Level 6 und hat nen Red Pot. So nen Mongo. Alter. Will ihr jemanden haben? Nee. Ich brauch eigentlich keinen. Irgendwie wollen die mich gar nicht eingreifen, die gehen nur auf dich hier dauerhaft. Dass ich dich aber jedes Mal hochhehl, das ist denen scheißegal. Oh, du frisst doch jeden Damage, oder? Kann das sein? Das ist geplant. Baites schon mal. Ach, Quatsch. Zerstörn dich da voll auf der Botline. Du bist doch mal der Kackner ab. Schon wieder nur am Fail. Ja. Also ich steh nicht 0-2. Ja? Ruhe dahin. Aber 0-0-1. Fast ein Assist als Asriel. Das ist falsch mit dir. Ja, ja. Schlecht. Ja, kann. So würde ich mich auch rechtfertigen. Ich leg dich nicht mit mir an, ey. Du hast genau das zu verlieren gehst. Nie zur Stelle. Nie zur Stelle. Ja, was denn? Du bist nie zur Stelle. Siehst du aus wie Superman. Ja? Ist ja zu schön. Du kannst dich teleportieren und alles. Ach. Er punch dir ins Gesicht mit Lichtgeschwindigkeit. Es entsteht halt nur ein Krater, der 200 Meter tief ist. Mit einem 1 Kilometer Durchmesser. Aber... Alle sind sicher weg. Die sind weg. Für was? Ah. Oh, Jarvan kommt runter. Baxi. Jarvan kommt runter. Was bringt ihm das jetzt, wenn er gankt? Die sind doch eh nicht bei uns da. Ja. Ich weiß noch nicht, was sein Ziel ist. Wer hat da eine... ...geheime Mission. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Vielleicht will er mir einen Double-Buff schenken. Das wär nett von dem. Aber jetzt hat er hier gewordet, ey. Ja. Ja, hat er. Der Scheiß ist, dass er sauviel HP hat und ich nicht. Der Scheiß ist... Oh, oh, da hat ein Minion weggestoßen. Oh, oh, oh. Pass auf, pass auf. Ich hab gesagt, der Scheiß ist. Der Scheiß ist da mit denen, ey. Ach man, jetzt ist mein Flash doch raus. Das kann doch nicht sein. Hey, schreit mal, wenn der Heal braucht oder so. Ich hab jetzt mein Ult. Schreit einfach. So, Hilfe! Oh, Mann. Marco Nunu! Marco Nunu! Das wär ein Name für ein Ranked Team. Was? I Cache Nups. Hör doch auf. Mach ein bisschen jetzt. Hey, du frisst doch alles, Tobi. Ich mein, du frisst mehr als er. Ich hab Plan, immer noch. Ja, ja, schon klar. Du bist hier die ganze Zeit low. Alistar ist full. Ich auch, okay. Aber ich hab kein Mana. Ich hab noch mehr Kacki da. Ich hab noch mehr Kacki da. Ich hab dir nicht weggekippt. Ich hab dir nicht weggekippt. Oh. Oh. Das ist schlecht. Oh. 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 Nein! Warum drückt er so viel? Also den Easeway kriegen wir locker. Alter, was drückt der Lee? Oh, scheiß Red Pod, man. Oh. Ah. Daran hab ich gar nicht gedacht, Mann. Hat der jetzt grad die Standarte gefailt? Ja, hat er. Das war ja lustig, du. Das war ja süß. Wie gesagt. Ja, lass sein, komm. Bescheiden Gang, top. Ach, jetzt verpisst euch doch mal alle von mir. Kann mal wer top death in mir, Mann. Kann mal wer top death in mir, Mann. Ja, Wurm. Wurdest voll vernichtet. Ja, total. Ja, richtig zerstört haben sie dich. Mann, hätt ich Mana gehabt, dann hätt ich den Spubel gefistet. Oh nein, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun. Bist du raus verloren. Der hat auch keine Ulti, der A3. So ein Mongo von Lee. Du gehst gleich einfach Ulti-Bot in der Pod. Scheiß Red-Bot. Und das ist irgendwo ein Free-Kill. Und mit 200 Leben. Und dann schieß ich die einfach jetzt Pod-Lane. Okay, ich schieß die Pod-Lane. Soll ich jetzt was angreifen? Nein. Ich sollte die ja nur davon abfallen, weiterzuprofen. Ich deft es hier, ich bin die Death-Machine. Death-Machine? Ja, wer ist gefahren? Nö, wer ist gefahren? Bistens hab ich einen Assist bekommen. Ja, und Soraka wieder eine Kill, total useless. Ah, Soraka-Curry, geh einfach Full-RP. Na jetzt, jetzt komm ich mal so. Was ist denn Abstand? Er hat kein Mana. Ja. Uncw. Ja, so war noch Flash rausbekommen, hat sich doch gelohnt. Oh, hier, hier, hier. Ich brauche eine Träne oder so Hol die eine Ich brauche einen Ward Nein, warum hat der jetzt so viel Leben Soll ich mit 2-2 Gold mal weggehen? Was sagst du? Oder willst du den Tower hier noch gegen die Tränen? Er kann auch den Tower machen Line Gang hier Er macht null Schaden der Alte Alter, sein Schaden ist doch unnormal Da ist eine Ward Wenn ich nicht darf, aufpassen Nein Oh, ciao, sorry Ach, nicht deren Ernst Komm mal runter Oh, gerade zu spät gestunt Der, äh, der Silent Ich bin umgefickt gegen den Lieb Ja, wir können locker ein Double Kill machen, wenn du schnell kommst Der Alt hat kein Ult und kein Ignite mehr Soviel zum Double Kill Blood hast du Ult? Ja Pass auf, da ist ein Go, go, go Was macht der da? Was macht der da? Weiß der, der, der Jarvan wär ratzfatz weg gewesen Aber nein, was greift die an? Hm Seid, komm runter Ja Ich sollte mal wirklich mehr Victor spielen Damit du noch mehr fiegen kannst Der hat aber einen schlechten Ruf wegen Victor Ne, es geht mir darum Victor ist eigentlich der vollstarke Champ Bloß ich bring's grad übel nicht auf der Reihe Mit ihm vor allem nicht auf der Topline Normal, ne? Normal Ich hätte in der Mitte gehen sollen In der Mitte wär wesentlich besser, glaube ich Gegen den Z Na gut, gegen Z jetzt nicht unbedingt dabei Gegen den x-beliebigen AP Carry Wenn du gegen den Ryze spielst auf der Midlane mit Victor verkackst aber auch Na gut Ryze, aber da kommt drauf an ob der gute ist Na gut Ryze, aber da kommt drauf an ob der gute ist Bloß das ist immer scheiße als AP Carry gegen den AD zu spielen Gegen so'n Car Step Elista kommt von hinten Ach, what the fuck, jetzt geht doch noch ein Telefon Das ist aber ein schönen Klingel schon Das ist aber ein schönen Klingel schon Mario 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 Ey, es kommt mal Top Gang Solche Tiere, du leck mich am Arsch War das, war das... Das wollen die eigentlich alle von uns, ey Das war ja richtig brutal Der kann nur botlen, der Javan Der kann gar nix Nur botlen Der letzte mit dir, der kommt gleich nochmal Der kämpft sich ja noch im Gebüsch im Anderen Der kämpft sich ja noch im Gebüsch im Anderen Würde ich dir zutrauen Na gut Wunderbar Ah Hey, das wär's Arcade Tobi Ja Du bist scheiße Das ist falsch mit dir Ich möchte den Elista nicht fokussen Eigentlich können wir den jetzt fokussen Schnell, weil der hat keine Ultime mehr Ja, wow Glaub man, skillt bei Victor auch nicht die E Sondern die Q hoch, oder? Weil die hat einen sicheren Po Ui Ja Ja Ja, aber wessen lane ist als A-S Kann man, kann man lassen Oh, jetzt komm, jetzt komm Oh ja, da sind Da kommt ein paar Minions zum Free-Farm Nietzsche, Nietzsche Ja Marco, das war schön gespielt Push gemacht Ah, bei Festens Lane ist als A-S ist gepusht Hä, hä Die Mütter, egal aber Wie sieht's aus? Warte, wir können den gleich töten, ich hab Array Ey, yo, ich bin jetzt auch unten, ne? Warte Victor, yo, yo, yo Pick dich Oh, verjagt ihn halt Fick dich Verjagt ihn halt Warte, den möchte ich jetzt Mir geht nicht drauf Jetzt hab ich keine Ultime Nein Oh Ich würd grad sagen, Banana OP Hm So, da geht's grad richtig rund Es ist auf Top Lane Oh ne, da nicht es ist Ich würd mich mal wegporten Victor Boah, ich hab kein Mana, Leute Ja, dann lass es gleich weg, ich hab 2,3 KW Besser wirs Der Flissinn Der Ninja ist weg Weg ist da Ich hatte ein richtig Scheiß-Rolli-Game Habe mit Game gedehrt Also Aber mein Turm ist, glaub ich, auch durch Oh 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 Mitte ist Scheiße, Leute Mitte ist Scheiße Ja genau, unsere Mittlane ist Scheiße 4-1 Nein, ich mein die Mitte grad mit dem Tower hier Ja Mensch, ihr interpretiert auch immer so wie er wohl drauf Ja ja, 4-1 Wow, das ist ein Lied Ich sag dir zum 1-3er Victor, das ist viel besser Was geil ist, dass es ein Laser Vision gibt Vision Vision Wow Warum gankt ein Jarvan Top, wenn die Lane sowieso übel gepusht ist Hilfe Da war ein Jarvan Oh, hier sollten wir weg Hält mal Top-Deffen Der Lieder wird da jetzt 100 Truppen Alter nicht, schon wieder ich den Kill Marco Gehs Ees Lee Ah ja Immer auf die Soraka Die macht die ganzen Kills Hast du vorhin nicht geflamed, dass der Tobi soviel schluckt? Der schluckt auch wie Sau Wie so eine Edel-Nutte Ja, natürlich Jetzt hat er, jetzt hat er, jetzt hat er keinen Teleport mehr um da rauszukommen Das, das, das mögen wir Das können wir leiden Ich hab jetzt keine Ulti mehr Ja, ja, denk nicht soviel Ja, ich denk einfach Spiel, spiel mal mehr nachs Gefühl Vielleicht wird das was Denk doch mal 10 Schritte voraus Das Problem Du meinst 10 Schritte voraus, du mein Ted Ich bin zu weit für das Spiel Das ist das Problem Richtig, richtig Ja, der Alistar tankt das gut Jetzt wieder an Wow Vlad Ja Wieder mit LAN Mal wieder Die LAN mit der geilsten KD 1-3 Ja, jetzt war wieder die Top-Lan Natürlich wieder gedefft wie Sau Hey, jetzt reichst du mal den Mund auf Du hast weniger Farben als ich Und auch 1-2 Das ist auch nicht viel besser Oh, wie der mit deinem KD 1-2-3 Wenn ich bitten darf 1-2-3 1-0-0, ja Ich hab 10 von mir Sache liest du noch 2-1 für ihn Bin stolz auf dich Ey, aber ich hab ihn einmal gekillt Aber du stehst 1-3 Aber das interessiert keinen Eigentlich schon Oh, was für ein damage Nice Einem interessiert die KD gar nicht Solange man das Game gewinnt, ja Na ja, jetzt auch Ja Ja Ohohoho Man kann das Game auch ohne geile KD Äh, hier, hier Carry Oh, der Javan kommt bot, gell Der Lee wahrscheinlich auch Der fehlt quasi nicht ganz sexy Das ist jetzt nicht dem, dem's am Ernst, ne? Hat er den Blue gekriegt, oder das? Ja Alter Schwede Ich wusste ja, dass er da ist, aber dass er so dreist ist Guck mal hier ist ein... Ist der nicht bei euch irgendwo? Weil ich vermiss den hier Weil ich vermiss den hier So Für alle die mal ein richtig gutes Item-Bild sehen wollen ja einfach mal auf mein Items schauen Das Profi-Item-Bild auf jedem UPHich Carry Das machen die nur auf Diamant, Elo. Ich lass meine Top jetzt durchpushen, damit wir in der Mitte den Teamfight gewinnen. Nice. Ach, der gibt schon gar keinen Gold mehr. Ich muss meine Stats pushen, drück die doch nicht so zurück in der Mitte. Biss dich, man. Banane! Ich muss meine Stats pushen. Ey, da ist ein Lied. Naja, ich komm schon. Wow. Ihr Tiere. Guck mal, ich hab sie schön zu euch gelockt und ihr, was macht ihr? Nix. Da kommt, da kommt nix dabei wieder rüber, ich weiß. Ja, Marco. Viel den mit am meisten. Ja, was rennst du da überhaupt noch rum, ey, du Säckel? Ich bin so schlecht. Alter, das Marco mich hielt, er hielt. Ja, du wärst voll zu tot gewesen. Ich hätte das überlebt. Ey, du hättest es nicht überlebt. Ich hätte das überlebt, Marco. Es war 280 live. Die SW-Ult, die macht schon 500. Das finde ich aber nicht korrekt. Naja, ja. Dass ihr mich einfach am Set sterben lasst. Ja, wieso, wieso hast du da aber runter? Dass Marco mich nicht gehealt hat, war gar nicht cool. Ja, du bist ja schlecht, das ist ja normal. Aber warum habt ihr mich da jetzt am Set sterben lassen? Alter, ich steh 3-3, ne? Und du, kleiner Mungo, stehst 2-4. Also, Sam macht re leise da. Ich hab mehr Farmer als du, ja? Ja, vielleicht, weil du auch auf ner Solo-Lane bist, dafür hat mein Supporter 18-Farm. Wow, 18-Farm, der Alistar hat 15. Das ist nochmal Marco, der hat ne bessere KD als du und der ist nur der Supporter. Ja, nur der Supporter. Ja, 3-2 als Supporter, das musst du mal schaffen. Als AD Carry so viel Kills verlieren. Als AD Carry so viel Geister. Los Marco, den killst du! Wird da weg, ich bin jetzt. Immer auf der Alistar. So, daher lässt er aber den Profi raushängen. Oh, hey, die stehen gesilenced, ey. Ich bash mich jetzt ganz cool hinterher, ja. Ja, und der ist schon längst weg. Ich dachte, der andere Ezreal ist da noch. Yo! Ich war so schnell tot, dass ich noch niemals bury... Und was macht der da für ne Ultima und was ist das denn? Der Ezreal ist rausgesprungen, Mungo, kleine... Ja, 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 es regt sich da nicht raus. Haben wir doch beide genau gesehen. Guck mal, hier ist ein Jarvan. Jarvan. Na, schau, ich hab ihn aber getroffen, Bitch. Ja, ey. Hast du gar nicht... Gesil... Oh, nein! Du bist so langsam! Ey, hier hat gesilenced wurde so ein Mungo. Siehst du, siehst du... Ich hab ihn so schön gesilenced, dass er dich rauskennen, weißt? Sag, der ist voll schlecht. Wer? Der Fiktor. Der Fiktor ist zu schlecht. Oh, Leute, wenn das keiner von euch macht, mach mal interesse. Ja, 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 ja. Sag, der hier mit 2-4-1, ey. Ja, mittlerweile bist du auch viermal gestorben. Ja, mittlerweile hab ich auch vier Kills und fünf Rassist, also bitch please. Ihr seid so schlecht, ihr Gegner. Ja, ich bin ja nicht auf der Killer-Lane. Ich hab mir um Zeit gelassen, meine Lane ist... Ja, 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 meine Lane auch. Und hör mal auf, wenn ich nicht ground. Du bist potenzielle Gefahr für ihn. Natürlich hört er nicht auf. Ich pushe jetzt einfach auf den Kerbocken halt auf. Ich hab die Minions gefokust für alle Zuschauer, die jetzt sagen, ich hab die Ult... äh, die E voll daneben gehauen. Hm, äh... Du schau, Flan, den... Zum Glück kann man mit dem Teleport auch... auch äh, aimen. Was? Ich hab das... sch... das... das Feld so hingesetzt, dass... Ja, ja. ...die nicht mal in die Versuchung kommen, da lang zu gehen, ja? Ja. Das ist einfach das Geile an Viktor, du brauchst das Feld einfach bloß hinsetzen. Ja, wie weit er mich wegstürzt, oder? Da ist wieder ein Fedo. Na, siehste? Er hat direkt umgedreht, als er gesehen hat, wie Profi ich bin. Ey, lasst mir mal Blue machen oder so, ich hab keinen Mana. Ja, ihr könnt alles machen, alles der Welt, weil wir hier die ganze Zeit so pushen. Ich hab auch keinen Mana. Ja, ich push Botlane noch. Scheiß, Mongos haben hier nen Blue gemacht. Oh, der Set kommt. Ja, ich hab grad irgendjemand getötet und hab hier seinen Blue bekommen. Neuluu. Kein Problem. Ach, Scheiße! Warum smightest du? Fight it! Fight it! Entwicklungnek button Ach, dann mess' mal ne Runde. Ja, der Schlechtere braucht ja wieder Event often, ne? Richtig oder ehrlich. Weil er sprengt mich an und kriegt mehr Damage als er an mir macht, das ist immer toll, das liebe ich immer. Wir snowballen. Oh yeah, das war eine richtige Mana-Spritze. Hat mich richtig high gemacht. Alter, warum haben die alle mich gefocust? Was sind die eigentlich für ein Arsch, oder was? Victor! Ohhhh! Tobi? Tobi? Ju, weh, Auto-Attack, dann wäre der tot, aber nein. Der hatte seine Ulti, Marco, der wäre nicht tot gewesen. Marco ist ein viel besserer AD-Carry als du magst, du baust erst AD. Ja, ja. Soraka AD-Carry. Los weiter pushen, solange sie noch tot sind. Auto-Attacks kriegen wir dann noch auf. Ja, und wo seid ihr? Sagt der Victor ohne Mana. Zau ab da, Mann. Ich will mich hier backporten und er kommt nochmal mit dem Flapfeil. Ja, warte, 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 warte. Ich bin mit dir, Alter. Deiner Mongodo. Geh, jetzt doch bist du euch da. Ah, du bist so schlecht. Na ja, ich mach jetzt noch Drake, ey. Ich war getroffen. Ich war getroffen. Ah, scheiße! Forte Schnatterberg! Nein! Scheiße! Ups, ey. Ich werde euch nicht helfen. Ja! Oh, Mann. Wer hat den S-Wield von denen so gefeiert? Ja. Loi! Ja! Ich war... Was ist das denn? Ja! Double Kill! Ja, ja. Ich war über die Wandeln. Du bist so schlecht. Ja, ja. Jetzt kommt der mit wieder. Jetzt kommt der random angesprungen. Jetzt kann ich entgäge ich mal gewollt. Ich entgäge jetzt nicht. Ich hab keinen Valor. Ja, du musst jetzt entgäge. Ich hoffe, du stirbst. Ja, guck mal mal kurz, dass man für ein Teamplayer und sowas lässt du noch mitspielen. Alter, was wollt ihr von mir? Alter, was wollt ihr von mir? Alter, schau, ich hab ihn sogar gestunt wie Soziale, Ken! Du bist nicht sozial. Alter, der Lee ist so schlecht. Aber hallo. Ja, Toplane verliert gegen sowas. Sollte sich schämen, ey. Toplane, schäm dich doch mal. Was hast du mit ihm gemacht, ey? Ey, ich hab ihn nicht. Sie kriegen eigentlich Alistar die ganze Zeit immer den Tower-Fogel. Das ist nervvoll. Ey, meine... Meine Gegner-Lane hat nicht 9-1, ja? Pff. Ja. Die spielt ja auch nur wegen dir so hoch. Jetzt aber mal Respekt, wie lange ich da grad durchgehalten hab an dem Tower, du, also. Ja. Nur weil ihr immer so lang braucht, bis ihr eigentlich mal da seid. Ja, weil du mal scheiße war. Wie in Rage geht, ey. Naja, ich bin nicht in Rage. Ich muss mich nur über schlechtes Spiel aufregen. Du regst dich doch jetzt nur auf, weil du deine eigene Lane verloren hast. Ich reg mich nur darüber auf, weil ich meine Lane als Einzester mitgewonnen hab mit der Mit-Lane. Und Jungle. Und Top-Lane hat einfach nur... Mein Gegner hat 9-1. Abgekackt. Abgekackt. Dein Gegner hat 9-1. Ich wiederhol's gern nochmal für dich. Die vier Tore, die du hast. Ich werde schon mit dir sind vom East World. Hm. Ein mit der Wette. Mein Gegner hat 9-1. Ich wiederhol's gern nochmal für dich. Du hast einen Gegner, der scheiße ist. Ich hab einen Gegner, der 2-2 hat. Ja. Das ist schlecht von dir. Ja. Wo hab ich denn gefeedet? Ja, wo hast du denn trotzdem gefeedet? Mein Gegner hat 2-8. Ja, der gibt doch schon gar kein Gold. Das ist lame. Doch, er gibt jetzt wieder Gold. Oh, jetzt gibt der wieder Gold. Was macht ihr denn da alleine? Was macht die da, Mann? Oh. Oh, ihr seid so ne P-D-der, ey? Ihr P-D-Ips. P-D-Ips. Seid ihr... Ich push jetzt einfach weiter, Bot-Lein. Ja, ich push jetzt einfach weiter, Bot-Lein. Ich hab eh verloren. Hier, guck mal, ich schieß so echt für ein Ulti zu euch. Ha, 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 ha. Eu, die kommt zurück. Lass sie doch. Das Gold von Ezreal kommt. Ich durch! Er hat ein AA gemacht! Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Wir haben auch ein AA! Fick dich Zett! Fick dich Zett! Fick dich Zett! Kommt dir mal jemand zu mir? Warte, ich helfe dir! Wow, hast du mir geholfen! Er leckt mich am Arsch, du! Ey, ich hab ihn gedamaged, ja! Ja, er leckt mich am Sacken! Das hat immer die kleine Range! Ja, ja! Ich hab Smart Cards, deswegen seh ich das nicht! Spam einfach immer bloß! Dann seh ich, dass ich viel zu dicht an die Gegner ranlaufen muss! Und dann denk ich mir, ne! Tudu! Du kannst das auch in der Option einstellen, dass du das siehst! Trotz für Smart Cards! Ist nicht so intelligent! Yo, wie ich alle hier Stunt hab hier! Erwartet nicht so viel von dir! Ey, ich überlebe es noch! Jetzt kommt meine Ulti! Oh, das war mal eine Gottlike Ulti! Oh, das war mal eine Ulti! Oh, das war mal eine Ulti! Ui! Oh, ich hab einen getittet! Einen! Er kriegt gerade einen Orgasmus, weil er meine Ulti getroffen hat! Oh, ja! Endlich! Zum ersten Mal in meinem Leben! Na dann, wo? Das kennst du noch! Richtig, richtig! Immer abends! Ab! Ab! Victor pusht hart! Tja, scheiße! Was ich nicht ranziehen kann, ne! Passt! Ich pushe! Ich pushe! Und pushe! Und pushe! Oh, ich bin verrutscht auf meiner Maus! Äh, Pastatur! Pushe! Pushe! Ich schiesse euch Ulti einfach mal random dahin! Alter smited auch nicht die ganze Zeit! Waste dann dauernd mein Mana! Hier! Wieso geht ihr eigentlich alle weg? Ich hab gedacht wir haben hier ne Mission, aber nein! Ja, da hat der KS! Alter, wie ihr kämpft, das ist echt unfassbar doch! Ach, wir! Loll, mein Laser war verbuggt! Wtf! Ich glaube, mein Laser war nicht mehr! Er ist wie ihr Solo? Jawohl, komm! 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 Er ist wie ihr Solo? Jawohl, komm! Das geht nicht! Lass mich jetzt exekumen! Guck! Ey, der war APK! Der Steakle! Replay, bitte! Kick durch! Ey, du stirbst gegen den so schlechten wie Sin, ne? Egal, er hat zwei Kills gemacht! Es bleibt doch mal ruhig! Oh, der billige Platz! Ey, wo ist mein Platz denn billig? Ja, guck mal hier! Guck mal, er lässt sich exekumen hier! Siehst du, dass ich pinge? 1-0 Gryffindor! Ey, was ich mich gefragt hab, was ist das da eigentlich für ne komische Ziege, ey? Pff! Du mal... Guck mal ganz ran! Das ist, äh, in einem Land vor unserer Zeit! Das ist aus der Lollzeit, das ist neu! Das kennst du sicher nicht! Na, Viktor5, ey, schämst du mich nicht? 7 ist besser, ne? Ja, ist besser! Ich hab mir felony Tode! W рус stoked zu... NEIN LO Remaminen! Nein, du? Du bist so ein Jude! Jude... Gott! Schwach... Ulti kommt! Ey 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 ey. Ey ey ey... Na, ich hört nicht erzählen, dass meine Ulti nicht getroffen hat, ey! Slowin! Slowin! Wieso sinnlos, man? Das ist wie ein Damage Trimmer. Das reicht. Meine Ulti hat nur... ...25 Sekunden cool, dann also Ruhe da. Aha, so ein Kacknapf. Dankeschön, Team. Bitteschön. Alter, der Ezreal geht einem so auf den Kranz, man! Piss dich, du kleiner Jude, ey! Nein, Jula. Ein Jula. Was ist da unten? Helft doch mal, was ist los mit euch? Also die erste... die erste Dummheit... ...die erste Dummheit... ...war schon mal, sich da weg zu porten, und die nächste war, dass das Team einfach weg war. Top, top, top! Ihr dürft euch halt nicht an der Front weg porten. Stellt euch vor, die machen das im... ...10. Weltkrieg oder so. Im dritten. Können wir diesmal vielleicht ein Drake? Oh, es sieht gut aus. Wäre gut, wenn jemand top geht. Och, wir haben Drake, wo, komm. Kann ich den Blubuff? Okay, dann. Ach komm, dann mach ich's wieder. Der Dev wieder, der Support, komm. Leute, hier ist ein Javan. Hier ist ein Javan. Hier ist ein Javan. Hallo. Hier ist ein Javan mit dem, wo der Mongol ist einfach weg. Was ist das denn mit dir? Was, du hast doch da deine Shyvana, du Flamer nicht rum, du kleine Bitch. Ey, wieso bist du denn hier gekommen? Das war ein Freakill. Aber nein, du läufst weg. Genau. Aber da ist... ... ein Freakill. Ich hab Angst davor, ich mich da nicht ins Gewürz. Das Böses. Hey, hey, Marco, weißt du was, weißt du was? Da ist ein Red. Da war ein Red. Du hast die Machen, Aaron. Warte mal, Aaron. Ja, versuch. Null Vision, Null Vision, eh. Kommt doch selbst vor uns. Wie konnte der da jetzt hinspringen, wenn er gesinelt ist? Na, 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 na. Kommt doch mal. Null, wir haben mal. Du, der hat aber richtig geschluckt. Ui. Woh, da soll die Bananen-Torte. Die Bananen-Tower. Los, da sind zwei Freekills. Was ist das denn? Was ist die Verarsche? Der ist viel zu schnell. LAL, Nelly! Gelevelt. Marco, lauf. Wie ihr den Setter chased. Muss ich kicken? Ja, ich kann die eh schon wieder nicht machen. Der geht executen, glaube ich. What? Say what? Hey, der ist tot. Hey, der ist tot. So macht man das. Bitch, please, 3300 Gold, 7,5. Ich sage, what, what, in the boot. Komm, sing nochmal dein Lied. Wie geht das? Komm, sing nochmal. Wie geht das? Wie geht das? Komm, sing. Sing den boot. Du kannst das auch auswendig. Was für ein Lied? Das, was du immer singst. In gar kein Lied immer. Mit dem Dildo. Das singst du immer. Fang an da. Ich glaube, er hat irgendwelche Sinnes erweitern in Drogen genommen. Nein, nein, nein. Abends immer. Weißt du, wenn ich mit ihm und Leitmotor... Oh, oh, jetzt was schwul. ... da kommt er immer an, hier mit Dildo, dann Analverkehr und sowas. Dann singt er sowas immer. Jetzt sing los! Hä? Jetzt sing los! Ich glaube, er ist wirklich auf Drogen oder so. Alter. Soll ich Skype gehen? Soll ich Skype gehen? Holla! Außerdem zählen wir nie abends, weil wir immer nachmittags zocken. Ja, 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 ja. Schön fliegen in einem Satz. Ich gehe mal Brot essen. Akzeptier es, Mann. Akzeptier es. Was? Ich schaue an den Fitcher dritten. Ja? Hör mal diese Leute, die Wahrheit nicht akzeptieren können. Äh, die Arme los. Ui. Marco wird richtig balls deep, ey. Ja, ich carry das hier. Ja, ich sag doch, Marco soll AD gehen. Da schau mal, der... Imba, der schluckt wie so ne Nutte. So wie du? Wie es ihm seine Mama beigebracht hat. Ähm... Was ist falsch mit dir? Wo hat nochmal Baron? Oh, da kommt wer... Was? Schau mal, da wird er downgeburstet. Von nem Zett. Von nem Zett! Jetzt Ulti zurück, Shyvana? Ach nee, du hast nicht genügend Dinge dafür. Der ist einfach zu schnell, der Sack. Ja, es ist ein Lieb. Warte, lass mir mal einen Minion davon, oder so. Den großen jetzt. Komm, denn... Du bist so ein Jude, ey! Wichtig! Ich hab's nicht gesehen, aber trotzdem gut gemacht. Trotzdem gut gemacht. Trotzdem gut gemacht. Wie auch immer, es war gut gemacht. Mein Shuckle. Nein, nein, nein. Nicht bewegen! Scheiß Windeln, ey. Jetzt erst recht bewegen. Wie heißt, wenn ihr nicht einfach mal pusht, oder so. Ich bin noch was dabei. Geh mal weg. Er stehlt mir den Jungle, und dann stehlt er mir meinen Topfarm. Das meinte ich eigentlich damit. Sword, 3 Gold, Marco. Wieso, das ist ein Topfarm, ey. Das ist ein Topfarm. Ihr seid ja auch zu zwei Tore, also. Ja! Du brauchst dich gar nicht aufregen, Kurzer. Wieso kurzer? Ja. Ja, und jetzt? Was sind das immer für useless Ultis hier? Zum Farmen? Hebe doch mal die Scheiße auf. Wo soll ich mir die aufheben? Für andere Scheiße. Ja, wann passiert mal hier wieder was? Danke, Dembo. Kein Ding. Ich hab meine Stats nur gepusht. Ich hab drei Warsagen gekriegt und so einen. Du bist so ein kleiner Mongole. Du nimmst meinen Mobs? Ich nehm deine Mobs. Mobs? Geht's jetzt hier um Wunder, oder? Was ist die Mehrzahl von Mobs? Genau, Möpse! Yeah! Ähm. Do it. Fast, Babys. Macht. Macht schnell. Oh, ich hab den besten Farm. Nein, doch nicht. Ja, wir können noch Beren machen, wenn du noch ein Pinkwort hast. Hab ich nicht. Hast du ein Pinkwort? Nein! Wie dramatisch Marco das gesagt hat. Nein! Ich werde jetzt den Dragon stealen. Okay, doch nicht. Wow, scheiß geil. Fight it! Lange der Arzt kommt, hey! Dein Aeim ist atemberaubend. Ja, wenn das immer auf dem letzten... Bei wem sind die Kinder grad im Hintergrund? Das bist du selber wahrscheinlich. Ja! Habt ihr das nicht eben gehört? Ja! What the fuck! Ja, was hat mich da rumgebracht? Dieser scheiß Schatten oder was? Ich hab so ne geilen Ult down. Jetzt mach mal was. Reiß mal was, Limba. Limba los! Reiß was! Schneller! Ich hab zwei getötet. Ich hab meine Arbeiter. Ja, und ich hab ne richtig geile Ult geflasht. Was? Oh lol! Die Ult, die geht durch den durch. Ja, der war auch hinter dir. Ich hab nicht mal ne Ult, wenn jemand hinter ihm steht. Äh! Nein! Nein! Blood, hättest du die Ult nicht im Teamfight oder so raushauen müssen? Lass's gehen. Ja, nur im Teamfight, da hab ich mich erst weg geflasht, weil ich irgendwo ein Leben nur noch hatte. Und dann mit meiner Ult nicht herankam. Da hast du den Grund. So. So. Blood pusht sich von alleine, oder? Ja, mit dem. Nooo. Und jetzt noch ne Ulti. Useless. Gigafacepalm. Ja. Wir gewinnen bestimmt wegen so Ultis. Ja, deswegen gewinnen wir das. Ich mein, wenn man als Ezreal mal Geld in der Base braucht oder so und dann mal ne Ultis braucht. Und wenn man Geld über eine Lane jagt, ist das ja okay. Alter, ich bin full Equip, man, also Ruhe. Okay, aber... Marco, ich bin nicht... Das wird ihm missen. Deswegen. Abpisst euch! Mongos! Abpisst euch! Ahhhh, der Amerikaner ist in ARD! Er will meinen Penis anfassen! Ein klein. Los Marco, stun sie! Dabei kein Stun. Und was? Fakes dann. Ulti! Wuuu! 54. Wow! Ich bin der einzige, der erwischt wird. Ja, immer die schlechten Spieler, ne? Äh... Da siehste, selbst wird er vom Turm getroffen. Ja, ich fick' ja nicht aus irgendwelchen Messiasen. Ja, ich fick' ja nicht aus irgendwelchen Messiasen. Oh Gott. Promos kriegen den Tower Focus 4 lieber. Ja! 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 Wie ich einfach immer ins der Turm kenne bei dem... Mann! You have slayed an enemy! Ja, das wenn ihr dadurch nicht führst. Hat er irgendwas? Das sah grad richtig zerstörend aus. So der Laser so... WUATS! Weggehauen die Scheiße! Ich bin der Laser! Ich boost! Finish this! Wui! Was war das? Na, BÄM! Schön! So muss das laufen! Wieso nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Boah, neun für den 6! S-Wheel hat 10 10, also das... Ja, und Soraka... Soraka hat alles rausgerissen. Ja... Soraka war ein... Und der Soraka, der... Ey, Soraka war eindeutig der bessere Support. Dieser Moment hat mein Leben verändert. Ja, also... Ich danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ihr 10-E-Runde-Dembo! Tschüss!